ja hallo freunde herzlich willkommen zum neuen food review wir haben jetzt heute mal hier die armee kekse die von der schweizer armee ja das werden wir hier gucken wie diese kekse schmecken erik hat die vor sich selber schon mal aufgemacht so als probiert jeder mal so ein und erzählt mal was ihr davon haltet interessanterweise sind die nicht so süß wie die anderen panzerplatten die man bisher getestet haben aber hier kommt auch ein problem an die sind nicht so süß wie das andere und ich finde sie sind ziemlich kross gebacken sehen so aus sie nicht nicht so hat wie die panzerplatten muss jetzt sagen von allen keksen die man bisher gehabt von allen armee keksen haben die am wenigsten zucker drin also kann man wunderbar für deftig oder für normelade oder sowas nehmen was halt im epa so mit dabei ist naja aber ich muss sagen geschmacklich kommen sie nicht an die panzerplatten dran dafür sind die nicht so starke zu gut also wer es überhaupt nicht süß mag bei den keksen sollte man hier auf die armee bisküts zurückgreifen aus der schweiz die sind also überhaupt nicht süß weizenmehl, kartoffelstärke, palmfett, traubenzucker, zucker, magermilchpulver, gerstenmalzextrakt, backtreibmittel, hydrogenkarbonat, salz kann spuren von mandeln, rasenmüssen, eiern und sesam enthalten also vegan sind sie nicht vegetarisch kann man es durchgehen lassen hergestellt in der schweiz ja wohl armee bisküts am wenigsten süß und wie kommt es bei euch an wie schmecken sie euch gut 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 ja komm wir mal jetzt leer hier nicht so leer naja das lohnt sich ja nicht die paar kekse aufzubehalten also leute lasst euch schmecken tschau bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss